meine damen und herren hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge auf der alien grad immer das sein pdc zusammen mit dem philipp einen wunderschönen so wir sind natürlich wieder zurück beim weiter häxeln ich habe auch im silo abgelehrt waren gelehrt wir immer abgeladen ja wir machen heute weiter der bürde ist an der letzten wiese zum schwaden das heißt wir können dann ohne probleme mit dem cp fahrer also beziehungsweise den 81 80 cp fahrer fahren lassen wir können beide abfahren was natürlich relativ schon besser geht weil wir haben letztens für sechs eine stunde aufgenommen eine stunde und ich habe sie drunter geschnitten auf zehn untergestanden gehabt auf zwölf minuten oder so ein timelapse also ja es ist ein bisschen aufwendig sagen wir wie sie es und ja aber mei das hoffen wir das mit der pickup besser funktioniert und nicht so wie jetzt hier wieso ist denn der vorwärtsgang drin ist automatisch drin wenn den gang reinmachst automatisch erstmal vorwärtsgang drin immer so jetzt hat er nicht gps angemacht doch habe ich was dann passiert auch falsche kurs also ja okay für die bestelle ist um und wir machen weiter mit timelapse das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, der letzte Anhänger wird zum Silo gefahren und dann haben wir uns gedacht, ja, jetzt ist noch eine Bahn da, die machen wir häckselmäßig ein bisschen in der Aufnahme normal, dass wir da nochmal einen schönen Abschluss haben und ja, Böhre ist fertig geworden, ja, ja, Minchwan, das heißt, wir können dann demnächstes Häckselgebissen wieder zurückgeben, oder Maisgebissen und dann schnellstmöglich die Wiesen runterkriegen, damit wir CP auch wieder runter schmeißen können, dann haben wir auch wieder eine bessere Performance, weil CP, Multiplayer, hm, ha, ich glaube in meiner Sache noch nicht ganz so gut ausgereift, aber ja. Ne, wir haben noch zwei Bahn hätten. Und zwei? Ne, eineinhalb. Ja, okay, eineinhalb, wenn wir jetzt schon voll bin. Aber ja, es wird auch nicht so schlimm sein. Aber was ich halt really hoffe, dass der an 8080 die Pickup besser betreiben kann. Ein Maisgebiss hat ja jetzt echt zu kämpfen. Ich hab mal ganz gesagt, wie es Maisgebiss braucht. Steht nicht dran. Ne, weil es normalerweise eigentlich nur für einen Häcksler gedacht ist. Wir haben, wie gesagt, 220 PS, weil er wieder auftritt ist. Aber normalerweise so ein Gebiss, wie viele PS braucht denn das? Also plus, den, äh, den... Das Campergebiss würde so ein... Keine Ahnung, also 650... Boah, du, keine Ahnung. Also momentan hat der Kleinstecks oder 650 PS. Wir haben 220. Ne, 493 sogar, also 3, 500. Von Klaas. Ja, gut, da sind wir ein bisschen, äh, noch ein bisschen weit entfernt. Aber... Der Pickup braucht den vielleicht schon. Hm. Ja, auf jeden Fall hier schon ist es noch das Gewicht. Und ich schau mal rum, weil... Vielleicht ist er weiter in meinem Silo nie so gut geeignet. Ist es abgehauen? Maybe. Oh. Nein. Nein. Ja, deswegen flog das hier noch nicht. Das war vorher alles im Silo drin. Das hab ich dann irgendwie raus geschafft. Und ich glaub, da steht jetzt noch beim Händler, oder? Ja, ja, da steht noch beim Händler. Sagen wir mal wieder alle dran und sperren rein. Äh, viel haben wir inzwischen drinnen. Ja, äh. So. Wir haben... 280.000. Und... Woah. Für bloß jetzt das Maisfeld ist es, glaub ich, gar nicht schlecht für das Kleine. Meines Erachtens. Und ja, dann noch mal alle Wiesen. Hm, da wird auch noch gut was zusammenkommen. H4-0-Verwärmung und zweites und drittes noch am Hof. Also... Am Silo sollst du uns, glaub ich, nicht scheitern. So, alter, sperren wir wieder raus. So, ich bin auch auf dem Rückweg. Okay. 9,9 Stunden. Wir haben es ja fast. Da kommt ein Auto. So. Ach, die Picker wollten wir noch kaufen. Hm, ja, und auch ein Maischild, glaub ich, ne? Ja, ich kauf mal. Oder nur Mieten. Ne, meistens würde ich kaufen. Also ein Schiebeschild halt. Ja. Ich kauf, oder? Würde ich schon sagen, ja. Dann kauf ich des Tüffels drauf. Ja, das ist das gleiche, halt. Wenn ich mich überholt bin, ist das gleiche, halt. Aber das ist nur noch eine Bzwitschine, eine Bzwitschine. weil das sind immer richtig Kurven dran. Und da sieht überhaupt nicht was hier vorne kommt. Ähm... Oder Pödinger nehmen? Ähm. Nimm Pödinger, dann sieht es gut aus. Wie geht der jetzt überholen? Oder schon hier. mal jetzt wird er von dir beleidigt kann man überhaupt eine Farbe auswählen? Ne ne? doch echt? ja doch kann man es gibt eine Farbe also von der neuen Generation mit einer was war es? auch mit irgendein Mulde hinten dran war es eine Krampel? keine Ahnung auf jeden Fall komplett in weiß 7 ausein was in? komplett in weiß aber das war dann eine 8R ne 7R 7R? 7R 7R neue Generation also die eckige die wohl in meines Erachtens sagen wo üwisch geil aussieht also ich weiß dass es in langweil einen gibt der wo weiß jetzt einen weißen 8R kauft wird den neuen ne es ist also ein Vorunternehmen und jetzt nicht in unserer ne so ein bisschen weiter weg also ich weiß dass es einen mit einer Kiesgrube gibt der wo soweit es jetzt schon nichts kauft aber soweit ich weiß hat er bloß einen weißen 8R ja ja ich hab ja gesagt es war weiter weg Richtung Augspur irgendwo hinter die ja ja langweil ist der ja ja aber ob es der jetzt gerade ist hm keine ahnung ich bin übrigens wieder da fast oh es ist jetzt sogar noch drin oh ich muss ja so rum ran ich muss sagen der 81 80 hat schon einen brutalen Sound kann man ja nur sagen ja war der noch nicht war der noch nicht oh hat sie noch nicht eingesteckt gehabt das Röhrchen muss auch schon bald wieder dringend tanken drittel habe ich jetzt noch drin bisschen reicht es noch ja ich hoffe mal das geht sich jetzt auch so wenn es ist dann nochmal Akkuschrauber rum ja bumm bumm okay das ist alles ja das müsste jetzt noch eine Bahn sein da drüben oder hm hm es sind zwei echt ja ja ich hab sechs ich kann sechs rein mitnehmen das ist doch noch ein bisschen mehr braun ich ne aber jo er lässt jetzt halt er lässt jetzt hier dass diese ganz knappe Aktion mit dem Zug war fahre ich immer ultra auf vielleicht drehe mich jetzt hier anders rum hin kannst du dich auch schöner drehen so komm mal rum oh knapp aber ging momentan kommt kein Zug momentan nicht das haben wir heute noch gar nicht gesehen ne ist heute nicht unterwegs ja eineinhalb sind es gar nicht mehr eine und nur noch zwei rein nun bestehend nun gleich ist es extra ja aber denn sieben wird ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut da kommt dann da kommt er wenn das Symbol kommt also der Zugesetz verfügbar das haben sie allein gefügt damit man eher den Zug besser fangen kann weil wenn er halt nicht da ist ist halt nicht klar ne und ja an sich aber jetzt gleich 80% wieder mhm eieieiei das ist echt krass und ja was hier passiert ist äh keine Frage Frage vielleicht gab es dann ja Aktion mit VCA und ich bin gleich voll 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 ich hab's grad gesehen soll ich dann nochmal kommen ja ne blöde Frage nächste Frage ich weiß ja nicht wegen zwei Bornen naja einen halben Anhänger wird es dann doch nochmal geben wahrscheinlich magst du wieder häxler fahren in der Folge dann dann würde ich mit meinem schnell kommen ähm ja kannst du gerne machen ich fahr jetzt nur soweit bis ich vielleicht wie ich komme bis du da bist ja du musst ja jetzt auch erstmal nochmal vom Hof runter fahren wobei es eine kürzere Wege ist als ich zu biege auch ey ich hab 42 PS und läuft 60 ne inzwischen nicht mehr inzwischen nicht mehr oh wir haben die 10 Stunden voll jay ich hab 8 Stunden jay also wenn du in die Nähe vom Feld kommst sag es nur an der Teppich rüber der hoffe ist ja nicht weit weg vom Feld ja vor ja ja das 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 du das ja du 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 Also ich bin am Feld Ok, ich komm gleich, ich bin gleich bei der BGA Noch eine Kurve Ne, ich's gar nicht mehr Na doch, eine Kurve und dann bin ich bei der BGA So kommt hier dann mein Auto Es fährt aber hier links rein, das weiß ich Beziehungsweise rechts in dem Fall Vom Autofahrer seiner Sicht Zeig rein in die BGA Dann stellen wir uns mal hier zu biegen drauf Dann können wir hier auch halten Wo der ist Äh, nee, nee Der braucht auch noch waschen, nee Da ist er Der gute 81,80 So Anbremse drin Du hast gleich aufgucken Ich hab's gerade gesehen, dass er schon oben war Beziehungsweise unten noch Dann drehen wir hier einmal Ja, eine Bahn haben wir noch, beziehungsweise sind zwei Reihen Ein bisschen aufschalten hier So Leg So Dann muss ich noch ein bisschen Ja, jetzt geht's rein Flo, fahren wir? Ja Ja, jetzt erfährst du wieder Also ich sehe CP auf dem Spielstand, hm, ein bisschen problematischerweise Auf jeden Fall, wenn einer mit drauf ist Ich hab Standbild Also bei mir fährst du Also ich kann meine Kamera bewegen, aber ich hab Standbild Oh Okay donc Dann muss ich einfach Vielleicht auch Klaue Jetzt geht's wieder Alek Nu Schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn es dir jetzt passiert wäre, wenn es jetzt immer noch gewesen wäre, wenn wir hier beim Ende der Bahn gewesen wären, weil da wäre ich nämlich über das Zugleis drüber, dann über die Straße und dann an den See rein und dann wäre er weggewinnt. Nee, ich wäre voll im Hörge gegen Bauch gekracht. Oh, das ist das. Und wir sind fertig. Man möge es kaum glauben, aber wir haben auch diese Häcksel-Episode erfolgreich abgeschlossen. Ähm, dann, liebe Freunde, dürfen wir uns aber trotzdem fürs Zuschauen bedanken und jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die Ihnen niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch kein Zett und den Roten Knopf drauf, der hat wahrscheinlich genau eine Glockaktiv, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Airline-Grad-Immer-Lesson-Seine-Pin.de zusammen mit Philipp und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.